Kann ChatGPT meine Arbeit wirklich erleichtern? Ja, über diese Frage möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte euch zeigen, wie ich ChatGPT verwende, um, naja, für mich nervige Tasks zu automatisieren oder Tasks, die sonst zu lange dauern. Und natürlich auch euch dabei helfen, wie ihr das richtige ChatGPT-Modell auswählt, um damit eure Problemchen lösen zu können. Und, naja, fangen wir doch einfach mal an. Wie verwende ich das Ganze? Also ich bin, ja, auch der Finanzgoblin und bin auch gerade dabei, ein Startup aufzubauen und nein, nicht in AI, sondern in Blockchain. Also, kurz gesagt, einfach so eine Leverage-Trading-Plattform für die Leute, die jetzt nur wegen dem AI-Zeugs auf das Video klicken. Und, naja, man kann halt wirklich super, super viel machen, wenn man irgendwie eine One-Man-Army sein möchte. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hier dieses YouTube-Video strukturiert, kann man hier einmal einfach so grob irgendwie das reinwerfen, wenn man sich irgendwie so eine kleine Skizze macht, um dann eine etwas bessere Struktur zu bekommen. Aber das Coole wirklich an ChatGPT ist, dass man dann auch wirklich einfach anfangen kann, hey, ich will jetzt irgendwie, ich habe so eine Backstory geschrieben für meine Plattform, um irgendwie so das, zum Beispiel das User-Engagement halt höher zu machen. Die Charaktere sollen alle irgendwie so ein bisschen wie Pepe aussehen, Pepe the Frog. Und dann kann man halt auch wirklich einfach sagen, ja, hey, ich will irgendwie Concept-Art haben, ich will bla 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 machen. Und ChatGPT ist halt wirklich, also, und hier das abgeleitete Modell, Dolly 3, kann halt wirklich schon so einiges machen. Und da muss man dann halt, ja, einfach ein bisschen mit dem Prompten üben, was man alles machen kann. Hier, das ist jetzt die Shimmer-Dimension-Sage. Also, ja, genau, so eine kleine Backstory über Frogs, die in die Shimmer-Dimension vortragen. Und dieses ganze kreative Zeugs ist natürlich nicht das, ist ja, ist natürlich nicht das Einzige, was man, was man damit machen kann. Also, ich finde es persönlich ganz cool, irgendwie dann auch solche, solche Concept-Art und, oder generell NFT-Vorlagen etc. damit generieren zu können. Aber da hört das Ganze halt nicht auf. Ich meine, ich habe ja auch hier diesen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Keyword-Research und sowas mache und Beschreibungen erstelle für meine YouTube-Videos, dann lasse ich die halt auch von ChatGPT generieren, basierend auf dem Transkript, das ich, na ja, hier gerade quasi aufnehme. Also, das kann man dann halt einfach reinkopieren. Und dann, ja. Und ich meine, das, also so alles, was halt irgendwie so mit Schreiben etc. zu tun hat, kann man, kann man damit, kann man damit halt gut machen. Und jetzt einmal zu der, zu der Lösung eurer Probleme. Wie kann ich euch dabei helfen, eure Probleme zu lösen? Also, habt ihr hier auch ein cooles, ein cooles abgeleitetes Modell gefunden. Best Custom GPT. Das durchsucht halt alle spezialisierten GPTs danach, ja, was sich manche Leute halt ausgedacht haben für spezialisierte Systeme, um, ja, keine Ahnung, irgendwie bestimmte Aufgaben zu lösen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich möchte SEO für LinkedIn machen, dann, äh, dann geht der einmal quasi, ähm, ja. Das ist übrigens auch das, 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 das neue coole Feature. Man kann halt, man kann halt einfach auch sagen, hey, Chat GPT, kannst du einmal gerade das Internet durchsuchen nach, ähm, nach den und den Sachen und mir irgendwie den Kontext geben. Oder hier ist eine Webseite, ähm, kannst du dir die gerade anschauen für den Kontext? Ich habe ein paar Fragen dazu, kannst du mir das zusammenfassen? Also, das kann Chat GPT auch machen. Also, so eine Art, äh, Assistentensache machen. Das heißt, auch wenn ich manchmal jetzt Sachen researche, dann hast du da irgendwie so einen Zwölfseitenartikel. Dann sage ich einfach, hey, Chat GPT, äh, hier der Link, fass das bitte einmal alles zusammen und dann, äh, such dir das halt, äh, über Bing und läd das in den Kontext und dann kannst du halt auch damit dann halt das machen. Das ist halt, also, und natürlich ist das jetzt keine 100% Science, also, aber, hey, 98%, 95% ist auch gut genug für die meisten Cases, wenn man, also, wenn es jetzt nicht sicherheitskritisch oder sowas ist. So, und, ähm, wenn man hier, also so, und dieses Modell, das werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken, also, hier kann man dann wirklich einfach, äh, dieses, dieses eine abgeleitete Modell fragen, hey, kannst du mir einmal gerade dabei suchen, äh, dabei helfen, ähm, spezialisierte, spezialisierte AI-Tools zu suchen. Hier hatte ich zum Beispiel mal gesagt, hey, ich will jetzt SEO für meinen LinkedIn-Beitrag machen, zum Beispiel. Und, ähm, ja, und, und dann schlägt er halt hier ein paar unterschiedliche Modelle vor. Ich kann jetzt selber gerade gar nicht einschätzen, was davon irgendwie am besten ist. Also, ich würde auch wirklich, ähm, ich würde dann einfach irgendwie die Dinge auch so ein bisschen ausprobieren. Hier, Specializers in Crafting Professional and SEO-Optimized LinkedIn Recommendations, so. Und dann kann man, ja, einfach hier draufdrücken, hat sein abgeleitetes Modell und, äh, ähm, ja, auch hier irgendwelche, irgendwelche Vorschläge. Und, ja, und kann dann einfach damit rumspielen und seine Fragen stellen. Ich persönlich habe auch mein eigenes Modell so ein bisschen, äh, ein bisschen erstellt. Also, so ein, so ein Scoring-System, wie auch, wie ihr hier, und, und das Bild auch mit Chat-GPT generiert. Also, hier, der, äh, der Finanzgoblin. Sieht ein bisschen böse aus, der Finanzgoblin. Also, ich glaube, ich muss dann irgendwie noch so, so irgendwie, hey, make it smile und a little bit more, äh, ein bisschen, ein bisschen sympathischer machen lassen. Und ich verwende das halt um so ein bisschen meine Thumbnail-Ideen und sowas alles zu bewerten. Also, hey, ist, äh, also, verstehen die Leute das? Weil manchmal habe ich auch so ein bisschen Probleme damit, mich in die Schuhe von anderen, äh, reinzusetzen. Und dann halt, hey, ist das jetzt zu, ist das jetzt zu komplex? Weil, weil irgendwie der Content, den ich normalerweise produziere, manchmal, ähm, ja, manchmal doch ein bisschen zu komplex sein kann, wenn man so, so, so geisteskranke, komische Arbitrar-Strategien und, und irgendwie sowas halt macht. Und das sind zwar eigentlich die Videos, wo die Leute dann am Ende am meisten Geld mitmachen können, aber, ja, sie klicken es nicht an, weil das halt zu schwierig klingt. Und da muss man halt irgendwie schauen. Also, so, deswegen habe ich halt so dieses, dieses System da mal, für mich halt einfach mal so ein bisschen, äh, implementiert, um dann zu sagen, hey, nee, guck mal, Bro, das ist viel zu schwierig, das versteht keiner. Und versuch dann darüber, naja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Easy-Content halt zu machen. Ähm, ab, und, und dann ab und zu mal diese ganzen komplexen Themen dann dort, dort, dort zu erwähnen. Ja, genau. Und vielleicht zu der Zukunft von ChatGPT, was, was kommt da alles? Also, es ist wirklich komplett, es ist wirklich komplett geisteskrank, wie, wie, wie schnell sich das Ganze, wie schnell sich das Ganze entwickelt. Also, ähm, ich verwende es halt wirklich für alles, ähm, was, 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 was ich, ja, irgendwie digital mache. Und, und jetzt habe ich halt auch aufgehört, das, das, das andere Modell zu nutzen. Also, MidJourney hatte ich vorher für Bilder verwendet. Ich gehe jetzt einfach auf die 100% OpenAI-Route und fütter diese, fütter dieses System, äh, ja, bis, bis es hoffentlich irgendwie eine kritische Masse überschreitet und self-aware wird. Ähm, also, es ist halt wirklich einfach so ein Schweizer Taschenmesser, nur, dass das Schweizer Taschenmesser, äh, eher ein Laserschwert ist und, 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 und nicht nur ein Taschenmesser und, und das so ein self-aware Schweizer Taschenschwert, Laserschwert ist, was sich selbst programmiert gefühlt. Keine Ahnung, was man da sagen kann. Ja, nee, aber, also, so, ich verwende es wirklich, ich verwende es wirklich für alles. Also, so für Data Analysis bisher nicht und auch irgendwie, was halt so, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, ähm, synthetisierte Sachen angeht, das passiert immer noch in meinem Kopf. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Investment-These oder sowas habe, dann, also, dann, dann vertraue ich da halt nicht. Chat-GPT, also, das strategische Denken, das glaube, also, das glaube ich nicht, dass, dass das, dass das irgendwie ausgelagert werden kann. Aber halt hier, all diese, diese, dieser ganze, dieser ganze Quatsch hier, weil man so denkt, boah, ich hätte jetzt irgendwie voll Bock irgendwie auf einen, auf einen, äh, auf einen Bild, welches halt so ein bisschen von derselben Spezies ist wie Pepe der Frog, aber ein Wissenschaftler, weibliche Wissenschaftlerin, so. Und, ähm, ja, tja, was, was soll man noch dazu sagen? Also, es sieht halt schon mega geil aus und, äh, OpenAI for the win, Sam Altman, ich bin froh, dass du zurück bist, äh, mach weiter, bring die künstliche Intelligenz ins Leben und, äh, lass uns alle in die Singularität gehen. Ja, ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Falls ja, lasst doch gerne ein Like da, kommt in die Gruppe. Falls ihr Bock habt, auch ein bisschen mehr mit, mit DeFi, mit Krypto, etc. zu interagieren. Das hier ist jetzt ein AI-Video aus einer User-Perspektive. Ähm, ja, und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das war überhaupt nicht ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das war die